Hallo liebe John Sinclair Fans, wir sind total begeistert, dass ihr unser Buch Brandmal so toll findet, wo unser ganzes Team drin vorkommt. Auch meine Frau kommt darin vor. Wie fühlst du dich? Als Star? Berühmt. Wir wünschen euch einen bezaubernden 6. Dezember 2017, Advent. Und wir haben natürlich nach dem gruseligsten gesucht, was wir uns noch vorstellen können. Entflammende Menschen, Monster, Cthulhu, das ist ja alles Kinderkram. Wir haben es für euch gefunden. Es sind diese Supersoften mit ABS-Stopper, steht wirklich drauf, Hüttensocken mit Teddy und ABS-Sohle. Ich werde sie an Löwe schicken, Löwe wird sie verlosen für euch. Ich signiere sie für euch mit Gruselblatt. Tschöö.